Ja, hola zusammen, ich grüße euch mal wieder ganz recht herzlich. Ich muss natürlich wieder logoisieren, weil das ist jetzt neben den Chemtrails und sonstigen Kram, ist das jetzt hier auch zum Dauerthema geworden, Kinder. Ich kann nichts dafür, das kommt aus dem Inneren heraus. Also, da gibt es was von Logo, dann gibt es was über den Widerspruch, weil er das hat mir da jetzt grüne Licht gegeben, wobei er denn dann, ich kann es ihm ja schreiben, aber er muss es wegschicken, weil ich nicht mehr nach Darmstadt, eh, ein Sozialgericht oder sonst wie. Ne, 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 ne. Und da gibt es auch noch ein paar Sachen von der Diana. Also, wenn ihr das dann gucken wollt, denn logischerweise, Kinder, ihr wisstet ja, bei VK, bei Bitchute, die sich den Trailer bei Wettnews TV reinziehen, ja, gut, dann müssen Sie sich halt noch die Mühe machen, den entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit, und dann, Kinder, sehen wir uns ja vielleicht gleich wieder. Ja, tschüss.